Willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. So, wir haben das letzte Mal, sind wir hier von diesem Minentransporter hierher gejumpt und dürfen jetzt weiter rein in die Mine. Ehrlich gesagt habe ich da nicht verständlich. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Diese komischen Krabbelvieh, ich habe keine Ahnung was das für Krabbelvieh hier sind, aber die laufen hier überall rum und man sieht sie irgendwie auch nicht wirklich. Habe ich genug? Hä, muss ich hier runter oder was? Na super, auf meine Muni geht alle. Ich bin am Arsch. Ja super, ich bin auch noch im Kreis gelaufen. Ah, ich bin der Held. Ja, hier sieht richtig aus. Wenn hier denn wenigstens Muni wäre oder Leben oder irgendwas, keine Ahnung. Oha. Ja, super, super. Nein, lass mich in Ruhe. Ja. Ich kann jetzt hier echt nur noch laufen, aber hier sieht richtig aus. Ja, fräst ich da mal durch. Keine Muni mehr, ey. Scheiße. Ich muss hier speichern. Juhu. Ja. 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 Mann, lassen die keine Muni fallen hier oder was? Das ist doch scheiße. Gut, das ist irgendwie, keine Ahnung, Lava oder sowas? Oh. Oh nie. Ah, so, nochmal. Hm? Hey, sieh! Ich bin am Arsch. Oh, das war doch mal ein schöner Headshot. Ich brauche Unterstützung. Ach, als Mohl. Ja. Das war wichtig. So, wo war der Vorschul dahinten? Das ist Muni, da ist Muni. Oh, danke. So, hier ist es. So, was ist hier los? War es doch schon? Ähm, ja gut. Dann gehen wir jetzt hier erstmal wieder zurück. Muss ich hier irgendwie hin? Ich glaube sogar fast ja, ne? Muss der, ist der da nicht durchgefahren? Und ich muss der hinterher? Ich weiß das nicht. Ist alles schon so lange her. So, fahr mal weiter hier. Nee. Nee. Garantiert falsch. So, dann müssten wir... Ach, da hinten ist noch eine Tür. Hey. Nein. 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 Wie hab ich das denn hingekriegt? Na gut, machen wir das halt noch mal. Man ist ja flexibel. Würde ich mal behaupten. Das hört sich auch fast an wie eine Drohung hier. Mann, zum Glück hat er eben nicht gespeichert. Ich hatte genau da unter... Ich weiß nicht, ob ihr das eben gesehen habt. Als ich genau da unter stand, hab ich eben gesaved. So, kommt ein Gerauf da. Einmal safen. Und jetzt hier oben. Jetzt hört... Da hinten ist... Chill, chill, chill. Und noch ein Weg. So. Dann gehen wir da hinten mal weiter. Würde ich jetzt mal behaupten, dass wir da hin müssen. Keine Bewegung. Behe. Das ist irre. Gebt doch einfach auf. Ihr habt keine Chance. Oha. Vielleicht doch. Mit so viel vielleicht schon. Der muss sein Zingel vielleicht. Ja, wie geht denn der hier ab? Was ist das denn für einer? Mon Motma hatte recht, Jen. Es wimmelt hier von Hinterbliebenen. Sie haben Gefangene genommen. Tja, das wird die Republik wohl in Bewegung setzen. Ich alarmiere die Flotte und hol dich. Ruf du ruhig Verstärkung. Aber ich habe hier eine Mine zu sprengen und Gefangene zu befreien. Versuchst du das Honorat zu rechtfertigen? Bereite dich vor, mich abzuholen. Ich habe das Gefühl, dass es unangenehm werden könnte. Wer braucht denn noch das Tal der Jedi, wenn du bereit mit solch erstaunlich intuitiven Kräften begabt bist? Bereite dich nur darauf vor, mich abzuholen. Wie hier befehlt, oh je, die Meister. So ganz nett ist er ja auch nicht. Oh, diese tolle Animation. Ich bin am Arsch. Ich habe kein Leben mehr. Speichern. Auf jeden Fall müssen wir mal hier hin. Mach, dass du da rauskommst, Tal. Jo, jo. Speichern. Ach, du Kacke. Jetzt muss ich aber aufpassen. Genau deswegen. Sind da noch mehr? Ja, natürlich. Hier waren wir doch schon mal. Hier ist aber immer noch kein Leben. Äh, dann muss ich jetzt... Wo bin ich jetzt hin? Kann ja nur da hinten hin, ne? Da oder da? Ich geh mal hier links. Wird schon richtig sein. Ach, sterb doch, Mensch. Halbes Magazin verballert. Oh, Kacke, Mann. Ey. Respekt. Also, das war echt super. Was war das? Da würde ich ihn auch voll in den Arsch geschaffen. Schweichern. Oha. Ich bin richtig am Arsch. Hier waren ganz viele Gegner. Das war's. Oder ich schieße. Halte den. Halte den. Ach. Ich kann ja nur ballern. Er ist da. Wir haben ihn. Sollte ich noch mal speichern? Ich bin auch sonst. Leute, ist hier kein Leben, oder was? Das überlebe ich nicht. Das war auch fies. Ist er kaputt? Das ist mir nicht... Oha. Nein, nicht du. Das ist mir nicht. Etwas leben Mehr ist hier nicht Speichern So Steigen wir da jetzt mal rein Ne, muss ich jetzt vorne hin Okay, natürlich Und Level zu Ende. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um die Aufnahme zu beenden, würde ich sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder? Naja, das muss ich doch mal kurz machen, weil sonst kann ich nicht speichern. Die hätten mir wenigstens Leben geben können. Ohne Scheiß. Ah, da kann man nicht durchschießen, ey. Warte, ey, kurz. Das hast du wohl nicht überlebt. Sehr schön. So, gut. Hier werde ich dann die Aufnahme beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.